Wir gehen! Was? Wir schicken sie! Wir schicken sie! Wir schicken sie! Okay! Wir gehen! Ich werde nachher ein bisschen grinden hier und will uns noch ein Level holen. Also Kampffähigkeiten. Alright. Schau einfach, es ist bereits fertig! Weil die Gegner scheinen ständig zu respawnen auch. So, das heißt wir haben das Gebiet hier als nächstes. Also von Sorogans Gefängnis halten wir uns fern und gehen erstmal zur Stadt. Sobald wir uns erstmal wieder in die Hauptstadt reingekämpft haben. Und ich denke einfach mal, ich werde die hier dann in der Hauptstadt auflösen, um Rupaladine zu holen. Und denen dann auch gleich eine Wissensschriftrolle verpassen. Ich hoffe sowas kriegen wir in der Hauptstadt. Ne, das ist die imperiale Festung. Hauptstadt. Ja, kriegen wir. Ob es einen Chaosring bringt, weiß ich nicht. Eher nicht. Ihr verkauft nichts. Imperiale Festung verkauft leider auch nichts Gescheites. All right. Ah, ihr Nervensägen. Wir gehen. Kill whom? Catch this! Okay, locken wir erstmal eine Eiche an. Und A. Always with pleasure. I can't go faster. I can't go faster. Always with pleasure. We'll stick'em. Who? Us? We'll stick'em. Oh ja, wir können uns im A.G. Output jetzt upgraden, auf die letzte Stufe. It's already done. Ready. We're going. Hurry, let's go. Just think. It's already done. Just think. It's already done. Wie gesagt, auch wenn's mir ein bisschen leid tut um sie. Ich mach jetzt lieber nichts, sicher jetzt einfach ein Quicksave. Nicht, dass ich die jetzt gleich auflöse und dadurch das Spiel viel schlägt. Ach, ihr seid sogar jetzt Schützen und keine Spione mehr. Okay. 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 So, dann holen wir uns erstmal Paladine. Yes, sir. Mit einer Wissensschriftrolle. What? Äh. Always with pleasure. Dichtgraden wir ab. Oh ja, brennender Boden. Flammende Fesseln. Und Berserker. Yes. No problem. Who? Us? War vielleicht keine so gute Idee. Hm. Äh. Aber gut. Always prepared. Hurry, let's go. Alright. Hm. We're going. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Kampfmagier. We're going. Der den Boden brennen lassen kann und damit vielleicht sogar unsere eigenen Leute abfackelt, wenn wir Pech haben. Hurry, let's go. Haben aber auf jeden Fall einen zweiten Trupp Paladine und damit wieder mehr Nahkämpfer. Hurry, let's go. Ich frage mich, was die hier machen, ob die da einfach fehl platziert sind? We're going. Hurry, let's go. Ah, untote. Ach, untote. Stimmt, ihr seht ja überall Untote unterwegs an den Stellen. My troops are under attack. Who? Us? Hurry, let's go. All right. We'll stick him. We'll stick him. So schlecht ist der brennende Boden eigentlich gar nicht mal. Yay, Geld. Es ist aber wirklich ein gemein verwucherter Friedhof hier. All right. Steine zum Aufheben. Leute, da sind Untote. Haut sie. We're going. Hurry, let's go. Shoot your arrows. We're going. We're going. Hm. Just think. It's already done. Verstecktes Nekromanden mal wieder eins. Okay. Das sind wieder viele Nekromanden hier. Okay. Und ja, hauptsächlich Gold. schon wieder so eine kleine Untoten-Karawane, sage ich jetzt mal. Ready. All right. All right. Da drüben sind auch wieder Untote aus ner Skelettkruft. Hm. Die Untote sind überall, sie haben die Stadt Skalrim zerstört. Ich verabscheue die Necromancer. Ich muss herausfinden, wer die Toten aus ihren Gräbern geholt hat. Die Untoten haben die Stadt Skalrim erobert und eine mächtige Necromancer dabei die Hände im Spiel. Wir gehen. Wir gehen. Gut, das heißt, hier können wir nicht viel machen, wir können auch hier drüben und hier alles abgrasen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Also ja, da hinten ist definitiv ne Sumpfkunft und ein Lidschturm. Eigentlich ist, glaube ich, hier wahrscheinlich alles untot. Was? Es ist fertig, bereit für die Krieg. Okay, das... Der Kampf hier könnte ein bisschen gasstig werden. Vor allem muss ich auf meinen... Magier achten. Ist hier noch was Böses? Nein, ich sehe nur den... Lichtturm...